Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Minish Cap. Wir können jetzt eine von den beiden auswählen und wie ich mir halt schon gedacht habe, Dean ist halt Angriff erhöhen und Farore ist Angriff und Verteidigung erhöhen, aber ein bisschen schwächer als Dean oder Nairu. Also von daher, ich habe jetzt einfach mal Farore gewählt. Dürfte, glaube ich, in Ordnung so sein. Wenn diese Katzen vertreibt, kann man ja ein großes Haus bauen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Oder? Moment, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Baumeister oder so einem Fragmentverein will, so. Geht das? Ich bin mir echt nicht sicher. Nee, 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 nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Wie schnell schwimmen wir jetzt eigentlich? Ja, ist ein bisschen schneller. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, die Story weiter voranzubringen. Und dafür... Müssen wir... Haben wir hier schon drin? Oh, Feen. Nehmen wir mal mit hier eine, ne? Haben wir noch? Ja, wir haben noch genug Feen in der Flasche. So. Wir... Oh, wir müssen noch bomben. Lull. Stimmt, ich habe hier oben... Hier oben war ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich habe ja noch gar nichts getan, glaube ich. Ha, okay. Ähm, ja. Wir müssen jetzt hier entlang. Erstmal können wir uns da hinten ein Herzteil holen, merke ich gerade. Cool. Ein Herzteil halten. Okay, da ist nichts. Hier können wir auch noch nicht rein, weil hier brauchen wir einen, äh, Erdfleck. Aber... Wir können jetzt hier zu dieser Wand. Äh, oh, was für ein riesiger Wasserpeil. Ein wahrhaft überwältigender Anblick. Ja. Oh. Ah. Das Fragment des Königs. Oh, yeah. Die steine an der Tür. Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserpeil ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass dahinter etwas liegt, das zum letzten Element führt. Lass uns, äh, lass uns uns anschauen, Doki. Alles klar. Oh. Äh. Äh, dunkel. Ist da hinten noch was? Ne, okay. Ja. Das ist unser Weg zur... Zum letzten Fragment, Leute. Ihhh. Aber hier können wir bomben, ne? Wenn er weggehen würde hier. Danke. Aber ich glaube, das ist der normale Weg weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Okay. Ah, ich wusste es. Wusste es. Okay, da oben gehen wir gleich lang. Würde ich sagen. Ich glaube, hier kommen wir auch nach da oben. Wir haben einen anderen Weg. Hallo? Oh, 50 mysteriöse Muscheln. Gib mal grüne Fragmente. Please. Ich brauche grüne Fragmente. Ich... Safe heißen sie nicht Fragmente, oder? Oh, Mann. Ich will mein Herzchen wieder. Bitte, gib mir mein Herzchen. Jetzt kann ich kein Laserstrahl mehr schießen. Äh, okay. Okay, wir müssen... uns klonen. Was ist jetzt? Das ist wahrscheinlich nur der Rückweg, oder? Alles klar. Ah. Okay, es war doch kein... anderer Weg hier hochzukommen. So, jetzt müssen wir erstmal schieben. 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 Dann einfach nur zurückgehen. Alles klar. Ja, das kriegen wir hin, glaube ich. So schlau, oder so, so... So schlau sind wir doch schon, ja. Oder so talentiert. Einfach rüber. Den Geist in Ruhe lassen. Einfach ignorieren. So, bitte Herz, Herz, Herz. Komm schon. Nein. Warum kriege ich denn... Warum kriege ich denn kein Herz? Hier vielleicht? Nee, aber Geld. Haben wir auch noch nicht genug von, nee. Wind mal. Geil. Träger der Heiligen Macht, das Wind des Flügel... Äh, das Wind des Flügel mögen auch nun dich tragen. Danke. Was war da unten? Ich weiß es nicht mehr. Aua. Mann. Okay, wir springen da mal kurz rein. Okay, da müssen wir ein Fragment vereinen, damit sich diese Tür da öffnet. Oder der Wasserfall da öffnet. Stimmt. Das ist ein Fake. Das ist Fake-20er. So, da oben. Verwirrend. Okay, erstmal kurz Bombe legen. So. Ist offen. Hier kommen wir hier raus. Genau, okay. Geh weg. So. Ah, okay, hier ist nur eine Truhe. Gut zu wissen. Okay. Dann ging da hinten gerade noch ein Weg nach oben. Und hier geht noch ein Weg nach oben. Gehen wir hier lang. So. Oh, Fee. Na, ich wollte nicht nach unten. Ich wollte dem Viech ausweichen. Da ist jetzt, da ist jetzt ein Lucky gelaufen. Oh, ich hab ihn in meine Richtung gekickt. Geh weg. So, wo kommen wir hier raus? Okay, hier kommen wir. Ganz stumpf hier raus. Okay. Warum? Warum? Warum gibt's die Wege? Okay, und hier kommen wir weiter. Alles klar, danke. Sehr gut. Oh. Hallo? Äh. Äh. Sorry. Ich wollte eigentlich keine Bombe legen. Äh. Was ist das? Ein großer Wirbelwind. Äh. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Äh. Höh. Oh. Oh. Äh. Ich lebe noch. Äh. Äh. Doki, du Wagemut hast auch... Hat auch... Was? Du, Wagemut hat auch seine Grenzen. Ich stehe jetzt nicht einfach so in den Wirbelsturm. Das hätte unser Ende sein können. Äh. So etwas... Deine Wahlkalsigkeit hat sich offenbar doch gelohnt. Ist hier am Ende die Welt über die Wolken? Hier muss es etwas geben, das zum Element führt. Suchen wir danach. Alles klar. Hallo. Hey, wie geht das denn? Äh, wie geht denn das? Du kannst ja auf Wolken gehen. Obwohl du von der Erde bist. Aber das... Was mich noch mehr wundert... Ich war mit meiner Schwester auf dem Minischfest. Und auf dem Rückweg war auf einmal alles voll mit Ungeheuern. Normalerweise weht ein günstiger Wind, wenn man mit dem... Mit dem Fragment, das auf dieser Wolkentafel abgebildet ist, Fragmente vereint. Doch wegen der Ungeheuer können wir keine Fragmente suchen. Und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist auch stark. Suchst du ein paar Fragmente für uns und vereinigst sie? Natürlich. Und wir können auch ein Fragment vereinen. Endlich mal einer, der so ein grünes Fragment hat. Meine Güte. Haha. Okay, ich glaube, da kommt eine Truhe hin. Nee, ein goldener Mob. Ja. Aber der kann uns eigentlich egal sein, weil wir so viel Kohle haben. So, und hier ist die Wolke im Weg. Alles klar. Ah. Hallo. Erstmal Fragmentverein. Ja, ja. Rot. Rote Fragmente. Ja. Okay, wir müssen gleich nochmal runter. Denn da öffnet sich jetzt ein Wasserfall, Leute. Dort öffnet sich jetzt der Wasserfall. Wir müssen nochmal runter gehen. Es tut mir leid. So, was ist das hier denn? Okay, hier können wir ein Fragment fallen. Okay. Das heißt, wir müssen hier gleich auf Fragmente-Suche gehen und diese Tafeln finden. Wir brauchen insgesamt, wie es aussieht, fünf, schätze ich jetzt mal. Äh, fünf Windräder, fünf Fragmente. Macht Sinn. Ja, doch. Ja, klingt logisch. So, und runter. Wir gehen mal hier den Weg lang. So. Oh Gott, oh Gott. Einfach gegen die Wand laufen, ey. Spring doch runter. Mann. Okay, und in den Wasserfall. Hallo, geh rein. Ein Herzteil. Juhu. Sollen wir zwei Herzteile? Es fehlen nur noch, äh, fehlen nur noch zwei. Dann haben wir einen weiteren neuen Herzcontainer. Wir müssen noch so viele Herzteile finden. Das ist ja unglaublich. Wenn wir überlegt, wir haben nur noch ein Tempel. Das heißt, ein Herzcontainer, Leute. Dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Herzen durch Herzteile. Das heißt, wir brauchen noch 22 Herzteile. Ist hier richtig? Ja, hier richtig. Okay, hier bin ich richtig. Alles klar. Also, wir haben noch einiges an Herzteile vor uns. Du weißt ja noch, wo ein paar sind, aber eigentlich nicht alle. Das ist das Problem. Aber es gibt ja zum Glück Listen im Internet. Um abzuhaken, sag ich mal. Jo, welche Herzteile hat man schon? Welche fehlen noch? Ach, der kann man sich dann ja richten. Oha. Ich habe mein Mikrofon gerade ein bisschen verkackt. So. Jetzt dürfte wieder relativ in Ordnung sein mit dem Mikro, wie es positioniert ist. Ah, okay. Jetzt sind wir in der Ebene höher. Alles klar. Okay, wir brauchen hier, wie es aussieht, sehr viel die... Okay, ein goldes Glücksfragment. Wir können so schnell graben, Leute. Wir können so schnell graben. Das ist schön. So, ich glaube, die Haie kann man auch besiegen. Und ich glaube, manchmal gibt das auch ein Glücksfragment. Bin ich der Meinung. Äh, beziehungsweise ja, doch. Mach den Weg frei für ein Glücksfragment. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Aber wie schnell wir graben können. Was ist hier unten? Okay, ein Fragment zum Vereinen. Haben wir das denn? Ja, okay, das passt. Sehr schön. Alles klar. Dadurch dreht sich jetzt nämlich eines der Windräder. Yeah. Vier fehlen noch, Leute. Ich weiß aber nicht, ob wir das in dem Part hinkriegen. Ja, wohl doch. Dürfte eigentlich. Dürfte eigentlich klappen. So lange sollte das nicht gehen. Fliegen wir schneller? Kommt mir gerade so ein bisschen vor. Oder? Weiß nicht. Ah, hier zum Beispiel. Müssen wir, glaube ich, die Haie besiegen. Ah, Mann. Nein. Gib mir ein Herz. Und auch nicht. Genau. Herz, äh, äh, Haie besiegt. Und ein goldenes Glücksfragment erhalten. Okay, ich hoffe, ich verpasse hier nicht irgendwie was. Weil das hatte ich, glaube ich, schon öfter in dem Spiel. Dass ich hier mal dann einen Weg verpasst habe oder so. Das wäre echt nicht schön. Fliegen wir erst mal weiter nach hier links. Hier unten könnten wir landen, aber hier oben auch. Landen wir erst mal hier oben. Ach, lol. Okay. Ruhe. Ah, okay. Hilfe und für sich müssen wir hier so muscheln. Und nochmal. Wow. Brauche ich nicht mehr. Please. Let me in Ruhe damit. Ah, okay. So, ah, okay. Hier oben. Genau. Geht das nicht? Ja, das ging. Alles klar. So ein, äh, so ein Lakitu-Abklatsch. Haben wir das? Wir dürften es haben. Ja, haben wir. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fragment Nummer zwei. Sehr nice. So. Wieder die Klauen rausholen. Und. Was war hier unten nochmal? Haben wir hier überhaupt schon lang? Ja, okay. Hier können wir hin. Eine Truhe. Pöpz, ich müsste hier so muscheln. Alter. Ich kriege gar nicht so viel bei diesen ganzen Muscheln. Okay, einfach runter. Okay, kann ich den nicht auch irgendwie anders besiegen? Ja, das ist halt echt ätzend. Nein, das wollte ich nicht. Der eine ist runtergefallen. Bitte lass ihn besiegt bleiben. Das wäre echt nett. Er ist nicht besiegt. Okay, was war hier oben? Okay, noch so einer. Mann. Äh. Das haben wir. Ich glaube, ich muss aber erst da hinten rechts lang und dann hier oben, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ich guck mal erst oben, äh, hier lang. Ja, doch, oder? Ich, ja. Ich glaube, hier hinten kamen wir dann nicht mehr weiter. Ich glaube, hier gab es auch nur ein Fragment zu holen. Oder? Ja, okay. Okay. Okay, den haben wir. Okay. Ja. Ja, das war... Mhm. Okay, gut. Der sah elegant aus. Muss ich ja sagen. Ja, schon. Krass. So, okay. Hier haben wir noch eine Truhe und können wieder fliegen. Wir gehen doch nochmal eben den anderen Weg. Ich bin gerade halt echt nicht mehr sicher, was der erste, also welcher Weg richtig ist, den wir gehen sollten. Deswegen lieber jeden einmal richtig angucken. Hier kamen wir, glaube ich, zu der Truhe da, ne? Ja, okay. Dann ist der Weg komplett irrelevant, wie es aussieht. Ne? Hab mich geirrt. Der ist nicht irrelevant. Ist da ein Glücksfragment drin? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist echt... Das ist kein Munde erwartet. Ein wenig. So. Dann wieder hier lang gehen. Und... Fliegen! Ne, nicht hier, sondern hier rechts. Genau, hier rechts lang. Ups. Äh, da. Das war ein gemeines Loch. Und der Hai ist schon wieder in seinen Tod gesprungen. Alles klar. Akzeptiere ich so? Akzeptiere ich so? Was ist hier? Das ist nichts. Das ist okay. Aber ein weiteres Glücksfragment-Verein. Da haben wir jetzt doch drei, ne? Ne, zwei. Haben wir noch drei Sachen, die wir... Ja, zwei haben wir nur noch, glaube ich, oder? Zwei Windräder? Ja. Dann müssen wir jetzt nur noch den letzten... Die letzte Tafel finden. Und dann... Haben wir alle Windräder vereint. Äh, alle Windräder vereint. Alle Windräder wieder zum Drehen gebracht. Und alle Glücksfragmente vereint. Wenn ich mich richtig entsinne, dürfte hier oben auch gleich der letzte... Äh, die letzte Tafel sein, irgendwie. Irgendwo da. Moment. Hier bin ich hier. Okay. Wenn ich jetzt... Hier runter... Segle. Hier dürfte ich richtig sein, oder? Ja. Denn ich bin hier wieder am Anfang. Stimmt, am Anfang hatten wir das Glücksfragment ja nicht vereint. Richtig. Schön. Alle Windräder drehen sich und... Ein riesiger Wirbelsturm. Die chillen sich da einfach so rein, wisst ihr? Wir brauchen Ätzeloh dafür. Und wo wir jetzt ankommen, Leute? Diesen Ort kennt ihr bereits. Erstmal... Ja, Träger der Heiligen Macht. Genau. Diesen Ort kennt ihr. Wer hat nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Doki, vielleicht kann es ja jemand etwas über das Element sagen. Ja. Guck mal, wo wir sind. Kennt ihr diesen Ort? Ja. Oh, du bist es doch... Du bist doch Doki. Als vorher mit Hilfe des Glücksdiegels zu uns kamst, weißt du wahrscheinlich nicht, dass dies die Zuflucht unseres Volkes ist. Wir wachen über den Palast des Windes. Dort ruht das Windelement. Ah. Ah, du bist es. Ich dachte schon, dass wir nie wieder nach Hause könnten. Aber du hast uns gerettet, indem du Fragmente vereint hast. Wenn du etwas suchst, frag doch mal die Älteste im fünften Stock. Sie kennt alle Gerüchte, die der Wind über das Land trägt. Genau. Und hier hinten hatten wir den Opa, glaube ich, gerettet. War das hier oder war das noch ein Stockwerk höher? Wie ist es hier? Oh, Fragment. Wer hätte gedacht, dass... Wer hätte das gedacht? Das ist doch Doki. Vielen Dank nochmal. Das wegen neulich. Unserem Opa geht es blendend. Okay. Ah, du bist Doki. Danke für deine Hilfe. Ich habe wieder etwas Gutes gefunden. Und für dich verwahrt, bitte. Lichtbogen erhalten. Pfeile mit der Kraft des Lichts. Alter. Danke. Jetzt wusste ich gar nicht mehr, dass wir die von dem bekommen. Loll. Hallo. Wir vom Volk des Windes haben großes Talent, darin Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin wir den Fragmenten. Da hilft auch Ordnen nichts, wenn sie uns nur jemand abnehmen würde. Ich mache das gerne, wenn du das richtige Fragment hast. Sehr schön. Erma. Na, was passiert? Hier kommt ein goldener Creepin, ne? Ah. Ah. Vadum. Ich brauche die goldene Creeps nicht mehr. Mann, no. Oh. Blaues Glücksfragment. Komm, gib mir grüne. Ne. Komm. Ah. Warum? Warum? Die grünen werden so häufig gebraucht. Warum kriege ich denn nur rote und blaue? Das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Hallo. Nimm den großen Wirbelwind hier auf dem Dach, um zum Ballast zu gelangen. Ja, du stehst im Weg. Ein wenig. Hier ist die älteste, Leute. Moment. Rot, komm schon. Ah, das gibt's nicht. Aber gut, Leute. Bevor wir mit der Ältesten reden, beenden wir hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Weeen. Weeen.